Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. November. Alternative Veranstaltungen am 11.11. Mainz 05 feiert Heimsieg nach turbulenter Woche und NFL-Spiel sorgt für Begeisterung in Frankfurt. Das und mehr gibt es heute im Podcast. In Mainz wird der Beginn der Karnevalszeit am 11. November groß gefeiert. Wer keine Karte für die zentrale Veranstaltung am Schillerplatz hat, findet hier viele Alternativen. Der 11. November ist auch der Tag des letzten Marktfrühstücks des Jahres auf dem Liebfrauenplatz, das ab 9 Uhr morgens bis 15 Uhr stattfindet. Es kann entweder der Auftakt zum Fastnachtsamstag sein oder eine ruhigere Alternative. Die eiskalten Brüder Gonsenheim veranstalten ab 19.11. die Eiskalt-Eleven im Kulturzentrum Mainz, Kutz, gefolgt von einer Party um 21.11. Der Rotrock-Club der Mainzer Prinzengarde beginnt um 19.11. im Lulu, dem ehemaligen Karstadtgebäude. Der Mainzer Karneval-Club MCC lädt zur närrischen Zwischenmahlzeit im Kulturheim Weisenau ein. Die Jakobiner feiern in der TSG Halle Bretzenheim ab 19.33. Die römische Fastnacht wird im zum grünen Kakado von der Sitzungspräsidentin Katrin Dohle geführt. Der Club Schon Schön startet seine Fastnachtspartie um 19.11. Die Mainzer Metal-Fastnacht im M8 beginnt um 19.30. Der Gonsenheimer Karnevalverein GCV bietet eine Narrenschau bereits am 10.11. um 19.11. an. Im alten Postlager findet man Live-Musik ab 21.11. Das war eine wahrhaft turbulente Woche für Mainz 05. Nach einer Serie von Rückschlägen, darunter der Rücktritt von Trainer Bo Svensson und die Trennung von Anwar Elgazi aufgrund seiner umstrittenen Posts in sozialen Medien, fand der Verein dennoch einen Weg, auf dem Spielfeld zu triumphieren. Ein unerwarteter 2-0-Heimsieg gegen RB Leipzig ließ die Fans jubeln und sorgte für einen dringend benötigten Stimmungsumschwung. Diese wilde Woche, an deren Ende Mainz vom letzten Platz der Bundesliga entronnen ist, könnte in die Vereinsgeschichte eingehen. Das Café aller guten Dinge hat in der Mainzer Altstadt die Nachfolge der kürzlich geschlossenen Café Rösterei Müller angetreten. Der Gastronomiebetrieb bietet eine lockere Atmosphäre mit Tresen und städtischen sowie eine Vielzahl von Speisen. Der Inhaber betreibt bereits zwei andere Gastronomien in der Altstadt. Er wollte ein Konzept für ein Deli-Bistro schaffen, das sowohl Frühstück als auch Mittagessen sowie guten Kaffee und Getränke anbietet. Neben den Speisen bietet das Bistro auch Feinkost zum Verkauf an. Der Betreiber legt großen Wert auf Saisonalität, Regionalität, biologische Produkte und Nachhaltigkeit. Das Bistro ist seit dem 20. Oktober geöffnet und hat bisher positive Resonanz erhalten. Geöffnet ist von dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr. Der NFL-Krimi von Frankfurt, die Kansas City Chiefs haben im dramatischen ersten NFL-Spiel in der Main-Metropole die Miami Dolphins mit 21 zu 14 geschlagen. Vor den Augen von 50.000 3 und 20 euphorischen Fans in der ausverkauften Arena zeigten die Chiefs, warum sie amtierender Super Bowl-Champion sind. Patrick Mahomes, der Star-Quarterback der Chiefs, kniete in den letzten Spielminuten ab und sicherte den Sieg, der die Saisonbilanz der Chiefs auf stolze 7 zu 2 Siege hebt. Trotz einer eindrucksvollen Aufholjagd mussten sich die Dolphins, die nun eine 6 zu 3 Bilanz vorweisen, geschlagen geben. Der Stimmung in der Arena tat dies keinen Abbruch, die Fans sangen, die Atmosphäre war elektrisierend. Und für alle, die jetzt schon Fußballentzug befürchten, am 12. November geht es weiter mit dem Spiel der Indianapolis Codes gegen die New England Patriots. Tickets sind heiß begehrt, manche Fans zahlen weit über den Normalpreis, um dabei zu sein. Die 22. Mainzer Büchermesse begeisterte mit einem vergrößerten Angebot. Mit über 45 Ausstellern, darunter viele neue Anbieter wie beispielsweise Kinderbuchverlage, lockte die Veranstaltung mehr Bücherfans als je zuvor an. In der Akademie der Wissenschaften und der Literatur fanden Leser eine einladende Atmosphäre mit einer zusätzlichen Leseecke und dem akustisch optimierten Kalkhof-Rosesaal. Literarisch war an den Ständen eine große Vielfalt geboten, von Fantasy und Romance über Geschichtsbücher zum historischen Mainz bis hin zu Aquarellsammlungen in Heftform. Die Messe in Mainz, der Gutenbergstadt, zeigt die Vielfalt und Lebendigkeit der Buchwelt und bietet eine unentgeltliche Plattform für den Austausch zwischen Lesern und Autoren. Ein kulturelles Highlight, das die Liebe zum Buch lebendig hält. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de